Nein, das ist mal wieder schön für mich. Ach, nö. Wieso sind hier Vierer? Hm? Wieso sind hier Vierer dabei? Ah, wie fahren wir denn? Geh mal. Güle? Geh mal. Achterreihe runter, wa? Wie schnell fährst du mit den Enten denn? Ach, du hast nur 1200 Schiffspoints weniger als ich, Lebenspunkte hier. Von Waren. Ja, ja, ich hab 18.300. Ich seh auch ein Premium-Schiff hier. Ja, gut. So, bin ich mal gespannt, auf was wir jetzt hier treffen. Kawashi, Nassau, South Carolina und die Kaiser sind die fünf Schlachter. Ja, toll. Fünf Schlachter. Da ist das Ding. Wo der ist, sind die Schlachter nicht weit. Da haben wir doch schon ein, zwei, hier sind sie alle. Hier ist woher die Klemsen. Ich seh die nicht, da ist sie. Ausfälle, Torpedo habe ich unbrauchbar gemacht und Motorschaden. Torpedo und Motorschaden habe ich dir gemacht. Hat sie auch schon repariert. Nebel da b**** schon. Schieß trotzdem rein. Hab ich doch einmal getroffen. Ah, die schießen auf mich. Dreh, verschwinde von dir. Na, Dreh. Ich verschwinde hinterm Berg. Du auch, hau ab. Ich schieß einfach, das ist ein, zwei, 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 zwei. Oh, das ist ja, drei, zwei, drei, zwei, drei, 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 drei. Ich geh, sie schießen in Schwachmездочка. Ich gehe, sie schieß mir. Sie haben das, was ihr, die Autos- ... ... ... Ich frage mich mal wo die anderen bleiben Ich komm doch ran Jo, da sind sie Ja, habt ihr nicht gesehen Lass mich doch auch mal meckern Ich kann die Teneri nicht beschieben Ich bin extra hier hintergefahren Hier kriegt mir nichts keiner Ich bin extra hier hinterher Wir fahren wie woanders lang oder was? Schön, wenn wir noch fast die Finden. Ja, ich komm mit. Das ist hier ein bisschen zu bunt, wa? Guck mal meine und deine Reutz an. Ja, ich seh es. Deswegen sag ich ja, das ist ein bisschen zu bunt hier. Wir haben ja schon ein Schlachtschiff verloren. Ich wurde entdeckt. Ich will dich nicht haben, Vorsicht, ne? So, so tun sich unsere beiden Schiffe nicht viel, ne? So, da. Alles teuer. Klemsen, ja. Da hab ich ja auch schon drei Treffer gegeben, drei C-Treffer und zweimal Ausfälle gemacht. Wo ist die Sau? Komm, zeig dich hier nochmal. Dann hätte ich dir die volle Breitseite gegeben. Da. Komms. Wurter Schaden? Brand gesteckt. Die will dann unsere Schlacht, da, wa? Hier, die Wacke Kappen. Pass auf, Torpedos. Bin ich schon ausgewichen? Die nächsten Torpedos. Dann kommen bestimmt jetzt nochmal welche. Die kriegen wir. Und wenn nicht, wie ein Schlachter macht's auch voll. Alle Kräfte, benötige Deckungsfeier. Tschüsse. Wir fahren, äh, Vietner Haaresche Base. Äh, hm. Habe ich mir gedacht. Hey, church. гор, nimm! Also weiß nicht, wir was, wenn ihr sagt. want ihr wirst ne ja powieren, ist ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Teueralarm! Hilfe! Teueralarm! Das ist schon klappen. So, jetzt nicht sie weg. Mach dich vom Acker. Ja. Die lünchen dich sonst. So wie die mich lünchen. Guck, jetzt haben wir doch fast gleiche HP, ne? Oder EP. Ne, HP ist das, ne? Dann haben wir die gleiche. Ne, ne, lass mal stecken. Ich brauche ihn nicht. Haben wir gewonnen? Ja. Ja! Entschuldigung. Ja. So. So, ich mach jetzt halt mal Pause und mein Essen ist fertig. Dein was? Mein Essen ist fertig. Ja. Dann lad dir schon mal das neue Update von Fraktore bitte runter. Ich hab jetzt die Karlsruhe. Die Karlsruhe. Die Karlsruhe. Ja. So. gut wie das macht mit dem bete weißt du nicht so liebe leute wir wechseln jetzt auf faktorio